Wie schwierig es sein kann, einen Tisch zu bauen? Ich dachte, es wäre einfach, solange ich einen Bauplan dafür finden konnte. Und ich habe auch einen gefunden, in Frids Bauplänen, welches mir möglich machten, einen Tisch selbst zu bauen. Meine Frau sagte mir öfter, dass sie lieber einen Tisch kaufen würde. Aber jetzt hat sie ihre Meinung geändert. Mit über 3000 Bauplänen war Frids Bauanleitung ein bisschen überwältigend. Ich konnte mehrere Tischbaupläne finden, sodass es mir schwer fiel, mich für den richtigen Plan zu entscheiden. Als ich dann schlussendlich eine Entscheidung fällte, verwendete ich die Informationen auf dem Plan, um das richtige Material zu kaufen. Auf dem Plan kannst du genau die Materialien finden, die du brauchst. Von Schrauben bis zu der richtigen Holzart, der Plan informiert dich über alles. Mein Tisch ist jetzt fertig und ich werde sicherlich andere Baupläne für zukünftige Projekte verwenden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.